Ein besonders heißes Wochenende steht uns jetzt bevor, drei Tage, wo es immer über 30 Grad bekommt. Und da heißt das auf jeden Fall, irgendwo ein schattiges Plätzchen suchen und vor allem die Zeit zu genießen. Die meisten Schwimmbäder, die sind ja überfüllt, aber wenn man früh genug dran ist, dann findet man auch dort noch ein Plätzchen. Und ich kann nur den Tipp geben auf wgv.at, da kann man sich auch den derzeitigen Stand der Wiener Freibäder anschauen. Das heißt, bevor sie sich auf den Weg machen, heißt es da vielleicht kurz einmal hineinschauen und dann steht dem Badevergnügen auch nichts mehr im Weg. Über 30 Grad, das ist für viele doch eine Herausforderung, gerade für viele ältere Menschen. Und so ist es besonders wichtig, dass sie nicht darauf vergessen, ganz, ganz viel zu trinken. Denn das Wochenende, das soll ja genossen werden und das will man nicht unbedingt im Spital verbringen.